Da kam der Boomer. Hallo Boomer. Wir müssen noch was tun erst. Ja. Braves Hundi. Genau. Da musst du mal lecken. Ja und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Ist die Kare geil. Von Far Cry 5 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Richtig schickes Auto. Das 3 Kilometer hochgelegtes Fahrwerk. Ja, er macht schon was hier. Da hinten will ich hin. Das Lager will ich mir holen. Das Silo kommt danach. Ich kann das auch elegant, hast gehört. So, wir machen erst mal B. Ne, Y. Wir gucken hier mal über den Acker. Diese Schweinebacken. Da schießen die da schon wieder. Wo sitzen die denn? Ich sehe hier keinen, aber das ist eine... Willkommene Ablenkung, würde ich mal sagen. Zerstöre das Eigentum der Sekte. Ja, ich bin voll. Wir werden mal durch den Wald uns da ranschleichen, ne? Ah, da. Da ist schon... Wieder ein Bulle. Vor Bullen habe ich Angst. Und vor diesen Viechern auch. Deswegen gucke ich hier so. So, schnell hoch. Also der Herr Kedos war heute bei mir und hat kritisiert. Finde ich auch zu Recht, dass die NPCs hier alle so gleich aussehen. Dass es nur eine begrenzte Anzahl gibt. Hallo, Kuh. Schnell rüber. Was ist denn los, Boomer? Was ist los? Ah, da ist auch so einer. Okay. Wir erst mal den Alarm. Kürbisse. Oh, das wurde eben gefährlich. Ich nehme mal lieber die. Wohin? Sucht ihr mich? So, schön auf freies Schussfeld achten. Jetzt. Das ist der. Der ist irgendwie. Scheiße, hier habe ich kein freies Schussfeld. Da muss ich ein bisschen höher. Ach, der sitzt schon wieder an seinem Scheiß. Geil! 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 Noch geiler Sunrise Farm, unentdeckt Oh, Entschuldigung Ich nasch grad wieder Weintrauben Oh, hab heute mal ein Oh, ja Das wird den Kampfgeist der gesamten Truppe heben Aber hier gibt's noch eine Menge Arbeit Hab gehört, dass die Bewässerungsanlage nicht funktioniert Vielleicht bekommst du das wieder hin Ohne Suchaufgaben Meinst du, du kannst mir hier zur Hand gehen? Der Kult hat hier ganz schön gewütet Das Bewässerungssystem ist ziemlich angeschlagen Überall liegen Rohrteile verstreut Die meisten hab ich gefunden Ich glaube, es fehlen immer noch drei Finde sie und steck sie wieder da rein, wo sie hingehören Die Sunrise Farm wird so gut wie neu sein In meinen Arsch? Hey, komm die Masse! Holla, die Waldfee Es gibt mehr Meldungen über Peggys in der Gegend Geh mal bei Mr. Glattman vorbei Vielleicht braucht er Hilfe Vielleicht? Sektennotiz Der Plan für diese Woche Die Ernte beschleunigen John muss bald ein Konvoi losschicken Also sollten unsere Körbe bis dahin bereit sein Vergesst nicht Unser Überleben hängt davon ab Dass wir den ganzen Proviant vor dem Kollaps Sicher ins Johns Bunker bringen Ja, ja Wir haben irgendeinen Schlüssel bei der Flucht aufgenommen Aber was für ein Schlüssel das war, weiß ich auch nicht Jetzt juckt erst mal meine Nase Und jetzt wird auch erst mal geschaut Ob ich hier noch Sachen finde Die ich eventuell gebrauchen kann Hier waren wir aber schon drin Da haben wir einen Haken Kommt man denn hier? Nein, man kommt leider nicht in alle Gebäude Ich hätte gerne einen Wallhack Achso, wartet mal Hier sind die Rohrteile Das können wir ja gleich machen Ja, das ist ja schön, dass du das so einschätzt Ja, Herr Kedos meinte, er brauchte nicht alles nachkaufen Ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe Er weiß nicht, ob ihm da Ob ihm da was nicht aufgefallen ist Ich weiß nicht, ob man die Karten Verkaufen sollte Ich behalte ihn mal jetzt Fünf Was sagt die Weste? Voll Ich habe aber auch nicht sehr viel Geld Hier oben drauf Hier kann ich klettern Gut Die Musik ist so geil Ich trau mich aber nicht Ich denke mal, ich werde da noch genug Probleme kriegen mit Eine ist hier oben drauf Da oben hängt ein Teil dran Wie soll man da hochkommen? Achso Das geht auch Und da hinten liegt eins Die wollten das klauen, die Schweine So, und jetzt muss ich da hinten hin Und das Warte, Bär Ich habe das Gewehr Der ist weg Ja, irgendwann haben wir auch den anderen Slot Mit dem Bär da drin Wäre das bestimmt nicht so amüsant gewesen Aha Aha Sieht man denn da schon das andere Ende da? Nö, ne? Ja 700 Pengus Kann ich gut gebrauchen Nachdem man mir hier alles abgenommen hat Alles Alles Hier war was Hier war was Hier blinkte was auf Ne, das will ich nicht Irgendwie Hakelig Ich weiß nicht Meine Ah, Kiste Da oben noch was ist Wir müssen zum Silo Wie ist denn der andere da hochgekommen? Ja, der stand hier drauf Ich weiß das ganz genau Ich habe mich schließlich runtergeschossen Es ist heiß Ich bin heiß Hier ist eine Gasflasche Kann man drauf schießen Was los Boomer Hier ist noch eine Kiste Siehst du? Entschuldigung Ach deswegen vielleicht Hier sind Schaukeln Das muss ich eher sehen Das wird wieder dunkel Da, guckt euch dieses Schweinebacken an Die geben einfach nicht auf Oh Oh Au! Lasst euch gefälligst abschießen. Ah, da kommt noch so einer. Ah, falsche Taste. Der kommt hierher, ne? Ich hab da so eine Idee. Boomer, du gehst mal... ...da hin. Oh, schade. Steht der wieder auf? Oh. Da ist einer drin. Oh. Gefangenenbefreiung. 10 von 14. So, wieder erholen. Oh, bleib doch mal stehen! Ah, macht keinen Sinn. Der ist viel zu hippelig. Der hat da noch irgendwas für mich? Ah, sie! Ein Film? Du findest deine Leute. So viele nützliche Nebeninformationen hier. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Zipkupka. Zipkupka. Haben wir Overworld Creek. Da hinten, da ist noch so ein schönes Gedingse. Aber da bräuchte man einen Hubschrauber. Würde ich sagen. Da ist ein Konvoi. Hier ist noch was. Gehört das noch zu uns? Ja. Deadman's Revere. Das andere ist schon fehl. Da ist ein Buch. Das, ich würde aber sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um Falls End, dass das fertig ist. Und dann machen wir hier den Rest. Und irgendwann wird uns John sowieso wieder zu sich holen, weil er so ein Bedürfnis hat. Und hier ist auch noch so ein Prepperversteck. Die Howard Hütte. Die Frostbierhütte. Das ist alles in diesem Gebiet. Ja, wir müssen auch noch. Hier ist noch ein Silo. Das ist Silo 13. Aber wo ist Silo 14? Aber den werden wir auch noch finden. Der muss ja... Das ist ja hier so ein landwirtschaftliches Gebiet. Eigentlich erwarte ich den hier irgendwo. Na gut. Also, wie gesagt. Was sagt die Zeit? Die Zeit ist gut. Wir wollen... Eingekauft habe ich. Ja, hier ist auch ein... Ich kann mir... Hier war auch ein Auto, ne? Auto. Kann man sich das hier holen? Oder muss ich das dafür... Äh, er? Ach, Munition gibt es hier auch. Gut. Werkstatt. Aha. Ich habe doch Autos freigeschalten. Die muss ich alle kaufen. Siehste, den haben wir doch. Im Besitz. Dafür braucht man dann nachher das Silber, ne? 400 Silber. Ja, na gut. Oder eben Geld. Aber der ist doch im Besitz. Äh, was mache ich denn jetzt hier? Was war das? Ah. Das Fernglas genommen. Hupe ist... F. Shift ist Fahrhilfe an-aus. Ich sollte mir natürlich dann auch eine Markierung setzen. Hier wollen wir hin. Boomer ist in Sicherheit. Boomer ist in Sicherheit. Hier war irgendwer? Ja, leckt mich. Leckt mich doch. Ach. Hey Mann, niemand ist mir sicher. Sie fackeln einfach alles ab. Jetzt haben sie sogar Chats Restaurant abgefackelt. Er soll in die Wälder... Aha, sehr... Starte Feindbeschluss! Mit dem Hund sollte man es sich nicht verserzen. Das ist nur dein Volltreffer! Oh. Das ist nicht so gut. Glaub ich. Das war keine gute Idee. Das war eine scheiß Idee. Oh, hier ist auch noch was. Wir machen das anders. Äh. Komm mal, Junge. Ich hab hier ein Problemchen. Auf dem Weg! Ich greife jetzt an! Oh, 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 oh. Leg dich auf! Hehehehe. So, Freunde, jetzt seid ihr dran. Halt durch, Carmina! Oh, was war das? Ich hab sowas von der BAS. Oh. Was ist hier los? Aua! Los in die Eins. Oh. Das war nicht so gut. Was mach ich denn hier? Und jetzt ist auch noch Feuer. Das macht nichts. Jetzt hält mir die vom Leib. Glaub ich. Meine Blumen. Die hätte ich doch sammeln können. Kommt das jetzt hier her? Oder hab ich hier mal die Muße, mir wieder Boomer zu holen? Du weißt, wo du mich findest. Na klar, Jung. Und danke. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Oh, scheiße. Guck mal, hier liegt das Flugzeug. Hier liegt noch einer im Wasser. Den hab ich noch nicht gelootet. Kommt auch raus. So, der ist weg. Jetzt ist ich am Boomer vergriffen. Der ist auch weg. Hohe! Freunde! So, hier muss noch irgendwo so ein Fettsack rumliegen. Reintreten, ja. Na, ich werd da jetzt nicht reintreten. Nein. Hier stand irgendwas mit E-Bremse lösen. Krieg keinen Nachschub. Ach, da liegt einer. Na gut, was ist das da? Hier ist was dickes Fettes. Oh, das ist schon geheutet. Wir hatten aber eigentlich was anderes vor. Hallo, Freund. Ja. Oh. Ich muss mich nochmal abkühlen. Ja, das war reichlich dumm von mir. Das geb ich zu. Aber dafür gibt's jetzt hier nochmal ne Blume. Das sind auch Freunde. Das war Husten. Was ist das? Ach, hier ist ein Kabel im Buden. Aha. So, dann sind wir ja fast da, Boomer. Was ist da rum? Leuchtet das da hinten so rot? Okay. Denn in der nächsten Folge werden wir dann mal Fallsend erkundigen. Ich danke fürs Zuschauen. Und, äh, ja. Das gehört nochmal zum Abschluss dazu. Mach's gut, Dicke. Und tschüss. 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 Tschüss.